Das ist wohl nicht gut. Auf geht's. Hey, hey! Deine Freundin, Sally? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, der Rügensamen. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja, ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Erfarsch dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quillt? Vorerst. Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erst mal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! 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 Halt, du Dreckskerl! Und damit willkommen zurück zu Uncharted. Ja, Sully hat's erwischt. Oh Mann, ey. Moment, der mir durchaus noch im Kopf war. Langsam, Cowboy. Das ist Twist-Up-Hauen am Dog. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus! Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte, sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Ja, ein ziemlich heftiger Moment. Schon sehr früh im Spiel. Damit willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder bei Uncharted. Ohne Sully. Ab jetzt. Mit der Dame, die vorhin mit der Kamera alles aufgezeichnet hat. Und die hat zum Glück eine Waffe dabei. Okay, dann jetzt durch die paar Gegner hier durchschießen. Oh, sie hat eine coolere Waffe, glaube ich. Eine mit mehr Wumms. Moment, da hinten war doch oben ein Schatz. Oder täusche ich mich da etwa? Ganz kurz. Ja, da war einer. Er ist mir in der Zwischensequenz aufgefallen. Ganz am Ende hat man es aufblinzeln sehen. Kann man leicht verpassen. Eine silberne Schildkröte. Sehr schön. Ich werde jetzt nicht aktiv nach allen Schätzen suchen, aber wenn ich sie schon mal gesehen habe, dann möchte ich sie auch einsammeln. Und hier sehen wir sogar die Spur. Ich hätte auch in den Nahkampf gehen können. Jetzt haben wir eine AK-47 dabei. Die wird uns ein bisschen behilflich sein. Ach, da oben geht's weiter. Ach, hier waren wir ja schon, ne? Wer ist da drüben? Ich sehe sie. Goldener Inka-Pokal. Allerdings bleibt nicht viel Zeit, sich den zu betrachten. Oh, da ist einer. Na, und hier sind wir doch durchgesprintet. Also geht's jetzt quasi den ganzen Weg zurück. Ach, komm. Bisschen zu früh gesprungen. Was war das denn jetzt? Da bin ich ein bisschen zu weit gesprungen, oder wie? Okay. Das hat noch gepasst. Aber die Rückschtspunkte sind gut gelegt. Insofern, auch wenn man mal hier runterfällt, ist es nicht so schlimm. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Ich sehe sie. Ich sehe sie nicht. Oh, oh. Na, weg hier. Sie lässt sich voll erwischen. Kann, glaube ich, zum Glück nicht sterben. Die KI-Begleitung. Trotzdem sollte sie sich ein bisschen cleverer anstellen. Okay. Nein. 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 Für die AK hat man nicht so viel Munition, ansonsten würde ich die durchgehend verwenden. Hier erinnern wir uns an die Leiter, die wir herabgelassen haben. Nein, wir haben sie nicht herabgelassen, das machen wir in anderen Spielen. Wir haben sie freigeräumt. Oh nein. Ich glaube, die Granaten kann man auch zurückwerfen, aber ich möchte es für den Moment nicht probieren. Da renne ich doch lieber einfach weg vor den Granaten. Und hier können wir wieder zurücklaufen über die Brücke. Okay, kurz nachladen. Da oben sind auch noch zwei. Einer weniger. Oh nein. Ich kann auch mal in Deckung gehen. Das war die falsche Taste. Ich dachte gerade, Preis wäre das Nachladen. Warum auch immer. Und hier sieht man meistens nur die Säule, wenn man auf ihn zielt. Komische Position. Egal, jetzt haben wir ihn erledigt. Und hier geht's wieder nach oben. Bleiben Sie bei mir. Okay, sehr schön. Drei weniger. Wie viele sind's noch? Hier drüben, glaube ich. Ja, hier lang. Oh, schön, ein Jeep. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Äh, tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK 2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt es hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Ich funktioniere sie noch! Das werden wir gleich wissen! Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis fünf und siehst die Leine! Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Wir sehen uns unten! Ich komme gleich nach! Ja. Okay. Okay. Was mache ich hier? Okay. Okay. Was springst du raus? Zehn bis fünf und zieh die Leine! Kann doch nicht so schwer sein! Oh, verdammt! Eins, zwei, drei! Mist! Mist, Mist, Mist! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Fremde wollen mich töten! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, ich möchte eigentlich nicht in die Zwischensequenzen reinreden, aber das war schon gerade sehr, sehr lustig. Da springt er runter, hat erstmal Höhenangst, ein Abenteurer, wie er im Buche steht und dann die Situation, wo er vor der Statue hängen bleibt. Sehr, sehr gut. Gut, das Tor müssen wir erstmal aufkriegen, indem wir das Schloss aufschießen. Haben wir unsere AK noch? Nein, die haben wir nicht. Aber zumindest sind wir auf der Insel. Wir wissen zwar nicht, wo Elena ist, aber ja, wir sind unserem Ziel einen Schritt näher. Oder einen Flug näher zumindest. Aha. Ein silbernes Fisch-Amulett. Damit hätten wir bereits schon fünf entdeckt, ohne dass ich groß danach gesucht habe. Das kam mir beim ersten Run auf meiner PS3 ein bisschen schwieriger vor, die zu finden. Hm? Oh, das war ein ziemlich riskanter Sprung, wenn ich mir das so anschaue. Gerade so geschafft. Ach, Moment. Da habe ich schon wieder was gesehen. Ein goldener Frosch. Nachdem wir das silberne Fisch-Amulett, die silberne Schildkröte hatten, haben wir jetzt den goldenen Frosch. Also man sieht, Tiere waren damals auch sehr beliebt. Da sind sie ja. Ach, ich sag dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Okay, kommen da noch welche? Ne, die Musik hört auf. Das heißt, wir haben die Bedrohung auf jeden Fall schon mal überstanden. Oh. Oh, sehr schön. Granaten. Wie werfe ich die nochmal? Ach, mit L1. Ein schöner Wurf. Das war im wahrsten Sinn des Wortes um die Ecke gebracht. Oh, da unten ist eine Patrouille. Und ich glaube, da wo schwarzer Rauch aufsteigt, da war unser Flugzeug, wenn ich mich nicht täusche. Okay, ich sehe zwei Patrouillierende. Können wir doch sicher irgendwie lautlos ausschalten. Oder muss ich hier tatsächlich wieder ins Feuergefecht? Okay, ich muss. Okay, schnell weg hier. Zurück zu dieser Deckung. Die gefiel mir ein bisschen besser. Oh Mann, die werfen auch mit Granaten. Okay, sehr schön. Der hat eine AK dabei. Das heißt, wir haben gleich seine. Da ist noch einer. Oh, sehr schön. Okay. Autsch. Ist irgendwas gerade explodiert? Okay, schnell hier in Deckung gehen. Okay, schnell rüberspringen. Ach, da ist er. Und da sind ja noch welche oben, oder wie? Okay, einen damit... Haben wir damit ausgeschaltet? Der eine ist noch da. Da kommen ja immer mehr. Das gibt's doch nicht. Oh nein, ich glaube, das sind ein paar zu viele für den Nahkampf. Deck hier. Das wird dir wehtun. Er hat keine Chance. Ja, das glaube ich im Moment leider auch. Da habe ich mich in den Nahkampf einlassen wollen, aber da war einer. Da war noch einer. Und dann war noch einer da. Wie fühlt sich das an? Ich sehe ihn! Da kommen noch welche. Warm her! Äh, ist da drin! Aufruf! Bewegung! Da brav's! Ausschwärme! Okay, ist sehr gut. Ich hoffe, damit haben wir alle erledigt. Wir haben hier zumindest noch mal die Schrotflinte. Wir können aber nur zwei Waffen mit uns tragen. Dann würde ich sagen, nehmen wir... Okay, die Pistole und eine schwere Waffe dann. Also eine Primär- und eine Sekundärwaffe, wie in vielen Spielen. Puh, und damit hätten wir hier die Bedrohung auf jeden Fall schon mal ausgeschaltet. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter. Ich muss jetzt erst mal schauen, wo es weitergeht. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit diesem Abenteuer. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann!